Ich möchte in dieser Stunde noch einmal anhand eines Gleichnisses aus Matthäus 25 das Ganze zusammenfassen und zu einem Abschluss bringen. Matthäus 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleich sein, zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und gingen aus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf unter ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen nicht Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihre Gefäße samt ihren Lampen. Dann und der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und entschliefen ein. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da stunden diese Jungfrauen alle auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öle, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nicht also, auf das nicht uns auch gebreche. Geht aber hin zu den Cremen und kauft für euch selbst. Und da sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und welche bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Zuletzt kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euer nicht. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, welcher Tag noch Stunde. Ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher das Menschensohn kommen wird. Hier in diesem Gleichnis wird uns etwas dargestellt, was uns an sich sehr ernst stimmen sollte, in dem Sinne, dass man also vermeintlich auf dem guten Weg sein kann und am Schluss doch nicht ankommt. Wäre das nicht tragisch? Dass man sich vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu, dass man sagt, wir warten auf ihn und wenn dann er kommt, man nicht dort ist, man nicht bereit ist, damit man mit ihm zur Hochzeit eingehe. Ich glaube, was wir in die größte Not in der Christenheit ist, die, dass wir nicht verstehen, was ihr Sinn ist. Das heißt, dass wir einfach etwas annehmen und glauben, es reicht aus. Aber wie es in diesem Gleichnis zeigt, reicht es nicht aus, dass man nur auf den Herrn wartet. Es reicht auch nicht aus, dass man eine Lampe hat und teils Öls. Man muss halt das Öl haben, dass es ausreicht bis zum Schluss. Und sicherlich ist das ja ein Bild, ja? Und Jesus wählt ja ein Bild aus, um etwas klar zu machen, wie es läuft in der Praxis. So, wir brauchen eine Lampe, wir brauchen Licht. Die Christen sind in diese Welt hineingesetzt, zum Licht der Welt. So, sie sollen leuchten. Was ist das Licht? Was würdet ihr sagen? Bitte? Was würdet ihr sagen, was ist das Licht der Welt? Und Jesus ist das Licht der Welt. Ja, aber ich meine der Inhalt. Was ist das Ganze zusammengefasst? In einem Wort. Was ist das Licht? Schaut, wir können viele Dinge reden. Ja, können wir? Wir können vieles vorgeben. Wir können, werdet sehen, die törichten Jungfrauen haben eine ganz klare Vorstellung vom Evangelium. Sie haben eine klare Vorstellung von, wie die Dinge ablaufen werden. Aber ihnen fehlt etwas, das lebendig ist. Und das Lebendige, das Licht, ist die Liebe. Ausgelebt. Das Licht ist also der Charakter Gottes. Es ist die Fähigkeit zu lieben in der schlimmsten und schwierigsten Stunde der Zeit. Wir können sagen, wir bringen das Licht und wir mögen das mit Worten ausdrücken, aber hier in dem Gleichnis geht es um das Öl, das dieses Licht am Brennen hält. Was ist das Öl? Das Öl ist der Heilige Geist. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Der Zachariah 4, da ist dieses Bild vom Leuchter und von dem Ölbaum und wie das Öl hineinfließt und dort sagt dann der Prophet und die Erklärung ist, es wird nicht durch Heer oder Macht geschehen, sondern durch meinen Geist. So das Öl ist der Heilige Geist. So kann jemand ein Licht und die Liebe haben ohne den Heiligen Geist? Das ist nicht möglich. So, es scheint wohl, dass diese Menschen, diese fünf Törichten, doch einen Teil davon haben. Aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Was will, wie können wir das verstehen? Wie können wir verstehen, wenn etwas ausreicht und nicht ausreicht? So, wenn ich es richtig verstehe, so ist es das, was wir lernen, Dinge, um sie umzusetzen. Und unter gewissen Umständen können wir sie tun. Ja? Aber wenn die Schwierigkeiten schlimmer werden, können wir es nicht mehr tun. Weil wir können, ich sage jetzt mal, auch ohne den Heiligen Geist religiös sein. Können wir? Wir können auch ohne den Heiligen Geist einen Einschein von Liebe voll haben. Wenn alle Dinge gut sind, so wie die Heiden lieben können, wenn alles gut läuft, so geht das auch ohne den Geist. So, diese Menschen, diese törichten Jungfrauen sind gläubig, sie sind ehrlich, aber sie tun etwas nicht umsetzen, damit es in der Krisenzeit funktioniert. Das heißt, sie benutzen die Zeit des Friedens nicht, um vorbereitet zu sein. Es steht nämlich hier darum, wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschensohn kommen wird. So, wir haben gesehen, am ersten Tag, dass am Ende der Bergpredigt Jesus sagt, es kommt ein Sturm. Der Sturm, den er dort erklärt, der kommt und alles wegspült. Und wenn mein Haus auf festem Boden steht, dann wird es nicht weggespült. Ist es auf der Sand, wird es weggespült. Ist dasselbe wie hier die Finsternis, bevor Jesus kommt. Die selbe Situation, es kommt eine Not, es kommt eine Situation auf, die ist unerwartet. Alle schlafen ein, der Bräutigam verzögert sich und jetzt kommt er plötzlich. Und ich muss fähig sein, etwas zu tun, nämlich zu leuchten mitten in der Finsternis. Und das kannst du dann nicht, wenn du nicht die Kraft Gottes hast. Bis zu einem gewissen Grade können die Menschen aus sich heraus als gut erscheinen. Bis zu einem gewissen Grade sind wir recht liebevoll, freundlich, gütig und können das Ganze tun, um auch, ich sage jetzt mal, um einen gewissen Nutzen davon zu haben. Aber in der Zeit der Krise kannst du es nicht tun, wenn der Heilige Geist das Öl nicht in deinem Herzen ist. Und wenn du auch nicht geübt bist, es zu tun in Krisenzeit. Deshalb die Notwendigkeit des Auslebens des Christentums. Was nicht darin besteht, vordergründig in den Lehren, sondern im Ziel der Lehre. Schaut, wir können Dinge ohne den Heiligen Geist nicht verstehen. Und den Heiligen Geist haben wir nur, wenn wir willig sind, uns leiten zu lassen. Wenn wir auf den Felsen Jesus Christus fallen und von ihm lernen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die fallen auf den Felsen, wie wir gesehen haben, aber sie sind nicht fortschrittlich im Lernen. Sie haben keinen Boden unter den Füßen. Im Gleichnis des Seemanns haben sie keinen guten Boden. So keimen sie zwar, die Saat geht auf, aber dann bricht wieder alles zusammen, weil sie nicht tief sind. Und in der Zeit der Krise, wenn die Sonne scheint, haben sie keine tiefen Wurzeln, um das Ganze zu überstehen. Ich kann also sowohl einmal bekehrt sein und nicht fortschrittlich sein oder ich kann nie bekehrt sein und in einer Kirche sein, in dem ich dort lebe und arbeite und aktiv bin. Vermeintlich richtig und dennoch nicht. Wir müssen wissen, das Christentum hat einen Ziel und einen Zweck. Wenn Gott es nicht schafft, durch seine Liebe und durch seinen Heiligen Geist in uns wieder die Liebesfähigkeit, das heißt seine Liebe zum Ausdruck zu bringen, das heißt, wenn wir nicht dazu kommen, dann nutzt uns die Religion null. Und so eine Fake-Liebe, das heißt eine scheinbare Liebe, hilft in einer Notsituation auch nicht. Es muss also etwas sein, was so echt ist und so stark, dass es ganz egal, was passiert, du bleibst derselbe. Das ist das Ziel des Christentums, das ist das Ziel des Christen. Das heißt, er muss in der Situation fähig sein, sehr liebevoll zu sein und eine Liebe zum Tage zu bringen, die krisenhaft, also die fähig ist, in der Krise zu bestehen. Sonst nutzt es ihm nichts. Ich versuche das in meinem Bild zu erklären, wie in einer Schule. Ich habe Medizin studiert und es gab eine Aufnahmeprüfung. Oder, wenn man etwas studieren will, es gab bei uns eine, es war die erste Generation, wo es den psychologischen Test gab, so eine Art IQ-Test, den man mit zusammen mit dem Abitur zusammentat, damit man einen Studienplatz bekommt. So, nicht jeder bekommt einen Studienplatz in Medizin. Man muss eine Vorleistung gebracht haben. Und auch die meisten, in den meisten Fächern früher, gab es ja eine Aufnahmeprüfung, um zu sehen, ist man fähig, überhaupt in diesen Beruf einzusteigen. Gibt es auch im Christentum eine Aufnahmeprüfung? Oder wenn wir Christ werden, geschieht das ohne Test? Ja, ich denke, es ist ganz klar, dass es einen Test gibt, um Christ zu werden. Diese Tests sind ein Test des Glaubens. Wir finden sie, der Johannes der Teufel zum Beispiel, als die Leute zu ihm kamen und sagten, sie wollen getauft werden, dann gab er ihnen Aufgaben auf und sagte, den Armen sagte, wenn ihr zwei Kleider habt, dann gebt es eins dem anderen. Und wenn ihr ein bisschen mehr Essen habt, dann teilt es mit dem anderen. Und dann kommt, dann taufe ich euch. Und den Zöllnern sagte er, wenn ihr nicht mehr nehmt, als es notwendig ist, dann kommt, dann taufe ich euch. Den Soldaten, die sich taufen lassen wollten, sagte er, ihr seid zufrieden mit eurem Sold, und ihr wendet keine Gewalt mehr an. Dann taufe ich euch. So, es ist also eine Glaubensprüfung notwendig, damit ich sozusagen in das Christentum einsteige. Es ist das Fallen, wenn man so will, das Kreuzigen des Fleisches an einer gewissen Stelle, und da komme ich in die Beziehung mit Gott und dem Heiligen Geist. Aber jetzt trete ich eine Schule ein, wo ich ein Ziel habe. Was ist das Ziel des Christen, wenn er Christ wird? Was muss er lernen? Was muss der Christ lernen? Was kann er nicht, wenn er Christ wird? Ja. Wir haben so Standardantworten manchmal, ja. Und sicherlich habe ich auch eine Standarderwartung. Ganz klar, aber was kann der Christ nicht, wenn er Christ wird? Er hat die Frucht des Geistes nicht. Das heißt, was hat er nicht? Er liebt nicht. Ja. Ihm fehlt die Fähigkeit, diese Dinge auszuüben. Und deshalb wird er Christ, damit er die erlernt. ist das heute Teil des christlichen Glaubensgutes? Dass wir Christ werden, damit wir etwas lernen, was wir nicht können? Damit wir am Schluss das können? Wir gehen hin und sagen, Christus hat alles für mich getan, ich bin erlöst, Halleluja, und alles klar, ich muss, ich bin jetzt am Ziel angelangt. Das ist eines der größten Täuschungen. Wir finden es nirgendwo in der Schrift. Der Christ wird Christ, weil er erkennt, seine Unfähigkeit zu lieben. Er erkennt, dass er nicht fähig ist, das auszuüben, wozu er gemacht wurde, auszuüben, nämlich ein liebevolles Wesen zu sein, zum Dienst der anderen. Deshalb wird der Christ ein Jünger, um zu lernen, zu lieben. Und wo lernt man zu lieben am besten? Im Heim oder in der Gemeinde? Weil dort gibt es alles liebevolle Menschen, oder? Nur liebevolle Menschen. Und man kommt jetzt da hinein, weil man sagt, hier werde ich geliebt, hier ist die heile Welt und man wird sehr schnell enttäuscht. Wisst ihr, dadurch, durch diese Vorurteile hat man manchmal Schwierigkeiten, einen Menschen überhaupt in eine Kirche zu schicken. Weil er trifft auf einen Menschen, die noch nicht fähig sind zu lieben, aber sie geben so den Schein, als ob sie fähig wären. Deshalb ist es wichtig, dass der Mensch weiß, wenn er Christ wird, kommt er in einen Club, der nicht lieben können. Dere, die anerkannt haben, sie können nicht lieben und jetzt wollen sie es lernen. Aber das ist nicht so, wenn jemand in den christlichen Glauben kommt. Ich hatte einen jungen Patienten mal, der war gläubig geworden und dann sagte er mir, aber seit einer Zeit hat er den Glauben so zur Seite gelegt und er hat so keine Beziehung mehr zu Gott. Und dann habe ich ihn gefragt, habe ich gesagt, ja, ich verstehe dich, ich weiß auch, warum das so ist. Wurdest du denn, bevor du getauft wurdest, darauf hingewiesen, dass du, wenn du hier eintrittst, eines Tages deinen Feind lieben kannst? Gibt es so etwas, dass man einen Teufling fragt? Fragt man ihn, ob er unerledigte Beziehungen hat? Oder fragt man ihn, ah, hältst du das? Glaubst du das? Tust du das? Ja, es gibt ein paar Dinge, die man abfragt, meistens theoretische Erkenntnisse. Aber man zeigt ihm nicht, schau, hier sind Menschen, die können noch nicht lieben, aber sind alle unterwegs. Der eine ein bisschen fortgeschritten, der andere weniger fortgeschritten, jeder wie er so kann und du trittst auch in diesen Club der Nichtliebenden ein, weil wir alles lieben lernen wollen. So, wir wollen hier etwas lernen, deshalb sind wir in der Schule und wir sind alle noch nicht angekommen, dass wir es genau können. So, es ist wichtig, dass wir verstehen, warum bin ich Christ. Ich bin ein Christ, weil ich nicht lieben kann, auf dem Weg, um lieben zu lernen. Deshalb muss ich mein Fleisch kreuzigen, das erwartet, geliebt zu werden und willig sein, nicht mehr geliebt werden zu wollen, sondern zu lieben. ob mich andere lieben oder nicht, sollte deren Sache sein, meine Sache sollte sein, ich will die anderen lieben, egal, was sie tun, wie sie sind, was sie machen, das will ich lernen. Und wenn wir angekommen sind, dann sind wir bereit. und dann können wir lieben, auch wenn wir noch nicht wussten, dass wir das können, bevor wir in der Not waren. Und dieses Ziel müssen wir vor Augen haben, wenn es um die Frucht des Geistes geht. Es ist also ein Zusammenwirken zwischen dem Heiligen Geist und mir. Als ich vor knapp elf Jahren wieder gläubig wurde und der Heilige Geist in mein Leben kam, da war ich ganz weit weg entfernt, ein liebevoller Mensch zu sein. Ich hatte große Not. Ich habe natürlich gewisse Dinge erkannt und habe dann diese in meinem Heim durchführen wollen. Unsere Kinder, die noch zu Hause waren, die haben ja sechs Pflegekinder gehabt, und sie sind immer noch da, aber jetzt sind sie erwachsen. Man will dann das Gute, wenn man das erkannt hat, mit Gewalt umsetzen. So mussten sie alle zur Andacht erscheinen, morgen abends und war gar nicht so schlimm am Anfang. Aber wenn sie dann mal ein bisschen zu spät kamen, versuchte im Haus Ordnung zu haben, versuchte eine gesunde Ernährung zu finden, das was nicht gesund ist aus dem Kühlschrank aus der Kammer zu entfernen. Man macht Reformen, ist alles gut. nur wie. Ich wollte Mäßigkeit, wollte meiner Frau unbedingt beibringen, wie viel man auch kaufen darf und nicht. Und habe in meiner großen Liebe eines Tages, ich weiß nicht, wie weit ich da schon war, vielleicht ein Jahr, zwei in meinem neuen Leben mit Christus, sie hatte zu viel flüssige Seife Waschmittel gekauft, wo wir doch so schwer an Zeiten hatten und ich sagte, es muss alles sein und dann hatte ich gefunden, dass das ein Liter zu viel gekauft war, wie es sollte. Und in meiner großen Liebe nahm ich dieses Waschmittel und es war so eine Plastiksache und habe es mit aller Kraft, ich hatte so auf den Boden geschmissen und es geht auf und sprüht an die Wand der Küche. Und hätte mich damals jemand erlebt, der hat gesagt, das ist ein neugeborener Christ. Ja. Versteht ihr, ich war unterwegs, aber es waren gewisse Dinge in meinem Leben, die hatte ich noch nicht verstanden. Wenn ich das heute nach elf Jahren immer noch täte, wäre das ein großes Fragezeichen, ob ich noch unterwegs bin. Aber wenn man so neu unterwegs ist, ich war vier Wochen nach meiner Bekehrung, habe ich mit meinen Fäusten die Windschutzscheibe behandelt von innen aus Zorn. Ja, wenn man unterwegs ist, ist man noch nicht angekommen. Gott fängt mit uns, wenn wir neu geboren werden, fängt der Heilige Geist mit uns ganz am Boden an. Und er fängt mit den Dingen an, die wir verstehen und führt uns dann immer weiter, immer weiter, immer weiter vorwärts. Deshalb ist es wichtig, dass wir mitarbeiten mit ihm zusammen, sonst kommen wir nicht vorwärts. Erst nach zweieinhalb Jahren, nach meiner Bekehrung, habe ich erkannt, dass Zorn Sünder ist. Und habe ich erkannt, dass wenn ich mich zürne, über jemanden, ich mein Fleisch gebe zur Regierung und nicht dem Geiste Gottes. Und so habe ich mir damals vorgenommen und habe gesagt, ich werde mich ab sofort nie mehr zürnen. Ja, Gott war begeistert, sagt, okay, der Schüler hat es kapiert, er will es nicht mehr. Und ich habe dann sofort ein öffentliches Bekenntnis gemacht, ich habe gesagt, ich werde ab sofort nie mehr zürnen. Es war bei der Andacht am Morgen oder am Abend, ich glaube am Morgen war es und dort war das gelesene Wort, dass wer zornig wird, der gibt Satan den Sieg in seinem Herzen und so was. Und habe ich gesagt, okay, ab sofort werde ich nicht mehr zornig. Und es waren ja erwachsene Kinder da, also halb erwachsen, manche waren schon erwachsen und ich sage ihnen, wenn ihr mich von ab sofort noch einmal zornig seht, dann bitte meldet euch bei mir und sagt es mir. Was glaubt ihr, wann habe ich es, wie viel Zeit ist vergangen? Nun, es ist nicht halb, man geht ja dann an die Arbeit, aber ich glaube, es war am nächsten Tag bei der Andacht. Bei der Andacht werde ich immer provoziert und als ich, ich war nicht wirklich sehr stark zornig, aber die Kinder und die wissen ganz genau, wie viel Zorn ist, oder? Das merkt man schon ein bisschen an der Sache und dann meldete sich der Jonathan und bevor er sich meldet, sagte ich, ich habe es schon verstanden, ich habe es schon übertreten. Bevor er mir es sagte, hat der Heiligeist mir klar gemacht, dass ich genau das, was ich mir vorgenommen hatte, nicht mehr zu tun getan. Nun, Zorn ist eine generelle Reaktion auf Unrecht, was man mir antut oder auf irgendetwas, was nicht so läuft, wie ich will. und wir müssen den Zorn verlernen für die Einzeldinge in unserem Leben. Ich dachte, man kann den Zorn einfach wegtun. Das kann man nicht. Man muss jede einzelne Sache, die einen zürnt, wegtun. und so kam ich nach dieser Zeit, wo ich mir vorgenommen hatte, nie mehr zornig zu werden und Gott gesagt hat, okay, der Junge will was lernen und dann kam ich und erkannte Dinge, die mich zürnten. Ich war neulich unterwegs nach Hause und ich hatte eine Beratung gehabt am Telefon, ich habe gesagt, ich über Skype und ich sagte dem Ehepaar, man darf mit dem Partner nie unzufrieden sein. Okay, das schreibt man sich groß an die Wand, ich darf mit mir unzufrieden sein, aber mit meinem Partner nie. So eine gute Sache, oder? Bitte? so und als ich fertig bin am Telefon dachte ich wow, das ist eine schöne Sache mit dem Partner nie mehr unzufrieden zu sein. Und ich dachte so in mir, meine Frau wird es nie mehr schaffen, mich zu ärgern. Und ich war sehr glücklich darüber, ich dachte, sie kann tun, was sie will, sie wird es nicht schaffen, mich, weil ich habe schon vieles gelernt, was ich bei ihr nicht mag, dass es mich nicht mehr zürnt. Ja? Und ich komme nach Hause nichts ahnend, denkend, alles ist wunderbar und prima. Und alles war auch eine ganze Zeit lang gut. Bis ich an unsere Haushaltskasse kam, und erkannte, dass dort die Dinge nicht richtig waren. Und ohne, dass ich es wollte, steigt der Zorn. Und der Geist Gottes ist da und er sagt, vielleicht betest du zuerst ein bisschen und beruhigst dich und sprichst es vielleicht morgen erst an feier Abend. Aber ich sage, nein, das kann ich schon, das muss ich jetzt erledigen. Es gibt Dinge, die muss man jetzt erledigen. Die kann man nicht auf morgen lassen. Und so tue ich natürlich mit Selbst Enthaltung Tunk. Ja, ich werde nicht böse, ich schreie nicht, ich schmeiße nichts rum und mache was kaputt. Aber meine Worte, meine Blicke, auch wenn es so ein bisschen sanfter herauskam, es war dennoch pures, purer Zorn. Ja, was soll ich sagen, pure Herrsucht, um über den anderen zu bestimmen. Und ich tue alle Fehler an einem Abend, die ich dachte, ich habe sie erledigt. Das heißt, ihr seht, ich hätte nicht fallen müssen. hätte ich. Aber ich konnte nicht auf den Heiligen Geist hören in dieser Sache, weil das, was ich dachte, wichtig ist, war mir wichtiger wie zu warten. Und die Dinge in Ruhe und Geduld anzugehen, erst mal fragen, erst mal auschecken und nicht mit großer Dominanz. wisst ihr, was mich stört? Wenn meine Frau mir nicht gehorcht. Wir haben ja nicht so viele Männer, da sitzen sie. Gefällt es euch, wenn eure Frauen machen, was sie wollen? Und ihr jubelt, sagt Halleluja. ja, wir erwarten, dass wenn man was ausmacht, dass man sich daran hält. Und wenn der andere es nicht kann, was tun wir? Dann ein bisschen spazieren. Ja, ein bisschen spazieren. Genau, das wäre manchmal richtig. So, der Zorn ist nicht etwas, was man auf einmal ablegen kann, weil es eine Reaktion ist meines Fleisches auf viele unterschiedliche Dinge. und ich muss sie in allen Einzelheiten erledigen, weil es mir nicht bewusst ist, was mich zürnt. Deshalb muss ich in die Provokation kommen, aber ich muss in meiner Schule des Christseins mich Gott in diese kleinen Dinge reinführen, dass ich sie bewusst werde, das Fleischkreuzige und die Liebe implementieren. Aber das geht nicht automatisch. Ich weiß etwas und die Stärke eines Christen ist seine Gemeinschaft mit Gott. Es gibt keinen größeren Kampf, der ein Christ kämpft, das sage ich Ihnen aus diesen elf Jahren, als die Zeit, die man sich nimmt, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und es hängt nicht nur von der Zeit ab, aber die Zeit spielt eine Hauptrolle, sondern es hängt natürlich auch von der Nutzung der Zeit ab. Wie effektiv nutze ich sie? Weil viele gehen und sagen, ich habe mir die Zeit genommen, ich habe studiert und dann im Alltag ist alles wieder vergessen und ich komme in dieselbe Situation hinein. Deshalb bin ich wie ein Kind zu Gott gegangen und habe gesagt, gesagt, okay, hilf mir, dass ich weiß, wie muss ich mit hier zusammen arbeiten, damit ich die Dinge auch kann. Und sicherlich war das nicht von vornherein so da am Anfang, aber ich habe über die Zeit beten gelernt. Das heißt, ich gehe zu Gott am Morgen in mein Gebet, um Gott zu bitten, mir einen Spiegel vorzuhalten von meinem gestrigen Tag. Das mache ich jetzt schon einige Jahre, wo ich möchte, dass Gott mir zeigt, was ich gestern falsch getan habe. Ich muss eine Kontrolle haben über mein Leben, dass ich es analysiere. Das heißt, ich fokussiere mich nicht auf mich, aber ich gucke auf Christus und sage, warum habe ich gestern diese Sache so getan? Wieso konnte ich mich nicht enthalten? Wo war der Link? Nachdem ich mich aufgeregt habe auf diese Sache mit unserer Kasse, bin ich zu Gott gegangen am anderen Morgen und habe gesagt, erklär mir, wieso konnte ich es nicht? Ja, ich habe nicht gehorcht, aber was hat mich gewurmt? das ist uns ja nicht bewusst, das liegt in unserem Herzen, Unterbewusstsein, wir merken gar nicht, was uns wurmt, weil wir, es ist doch richtig, dass wir sagen, wir müssen in Ordnung haben, der Kasse, oder? Aber jetzt, was wurmt dich, dass du zum Diktator wirst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du wirst? Und Gott muss uns klar machen, warum haben wir Geist durch sein Wort tun? Aber wenn ich zu ihm hingehe und sage, okay, erklär mir es, mache mir die Sache klar, hat er verheißen, dass er es uns klar macht? Ja, es gibt einige Verheißungen in der Heiligen Schrift, die ich Gott vorhalte, weil er hat es ja gesagt, es gibt eine schöne Verheißung, Jeremia 33, Vers 3, da sagt er, rufe mir, so will ich dir antworten und will dir anzeigen, große und gewaltige Dinge, die du nicht weißt. Also sage ich, Herr, du hast verheißen, mir das zu sagen. Du hast verheißen, wenn ich es brauche, wirst du es mir geben, so offenbare es mir, ich brauche es. So, wenn, ich habe gelernt, mit Gott zu reden, ich rede laut, wenn ich jeden Morgen rausgehe in den Wald, spazieren, und ich muss Ihnen sagen, es gibt immer einen Kampf in dieser Zeit. Und wenn diese Zeit uns gestohlen werden kann, oder geringer wird, wo ich Phasen habe, wo es geringer wird, und dann merke ich, meine Güte, wie konnte das passieren, dass ich die Tankstelle vernachlässigt habe und dachte, ich kann es aus mir heraustun. So, ich brauche diese Zeit mit Gott am Morgen und es gab schon Zeiten, da hatte ich zwei Stunden, wo ich rausging und es hat sich inzwischen wieder reduziert und ich bin unglücklich, aber ich bin wieder auf dem Weg zurück, weil ich merke die Machtlosigkeit, die ich habe. wenn ich nicht gehe zu Gott und wenn ich nicht bewusst mit ihm rede und sage, diese Sache ist falsch in meinem Leben und ich weiß nicht, wie ich sie erledigen soll, gib mir eine Idee, zeig mir, wie soll es sein, ich will es aus meinem Leben weg haben. Das ist eine Entschlossenheit, die wir haben müssen. Das ist eine Entschlossenheit, weil wenn wir nicht entschlossen zu Gott gehen und sagen, okay, das ist falsch, das kann ich nicht, ich fliege dahin, wie der Petrus von irgendeiner Kleinigkeit und liege da als Jesu Jünger und mache seinen Namen zustande, das will ich nicht mehr. Und so muss ich entschlossen zu Gott gehen und sagen, Herr, diese Sache ist in meinem Leben nicht in Ordnung, ich weiß nicht, wie soll ich es beheben, aber du weißt es, zeig es mir. Mein Gebetsleben ist ein Leben, das frägt. Ich bin ein Fragender. Ich möchte wissen, was muss ich tun, wie muss ich handeln, was ist falsch an der ganzen Geschichte. Deshalb analysiere ich dann, wie hätte ich es dann besser getan, wie wäre das Ganze gewesen, hätte ich so und so und so gehandelt. das nimmt Zeit. Und das, dass man sich hinterfragt und das nimmt Zeit, dass man mit Gott das tut, das nimmt mir meine Hauptzeit ein, während ich mit Gott spreche. Deshalb lese ich auch nicht viel in der Schrift, aber was ich lese, muss ich fähig sein umzusetzen. Versteht ihr, sie können seitenlang lesen. Ein Kapitel, oder es gibt ja diese Bibellesepläne, dass du in einem Jahr, habe ich auch alles gemacht, von als Kind, aber was bleibt zurück, wenn du es nicht tust? Du kannst lesen, wie viel du willst. Wenn du nicht fähig bist, es umzusetzen, dann ist es ein, sag ich mal, wieder ein Ballast. Hast es gelesen, aber kannst es nicht tun. Deshalb öffne ich die Bibel so, dass ich Gott bitte, dass er zu mir spricht. Und ich nehme das, was ich lese, persönlich. Aber ich bleibe an manchen Stellen, Wochen, Monate lang, gucke vielleicht noch ein bisschen was anderes rundherum an, aber komme wieder zurück. Weil ich muss es, bei mir ist es so, wenn ich eine Stelle, nach zehn Tagen, nachdem ich sie immer wieder gelesen habe, ungefähr am achten Mal erkenne ich Dinge, die ich vorher nie gesehen habe, obwohl ich dieselbe Stelle gelesen habe, schon acht Tage davor. Probiert es mal aus und seht, was passiert. Wenn ihr an einer Stelle, die euch, die wichtig ist, die ihr seht, die sagt, okay, da ist viel praktisch drin, ich will es verstehen und du liest es heute, liest es morgen wieder, fragst Gott, erkennst was Neues, liest es übermorgen wieder und so mach es mindestens zehn oder vierzehn Mal und du wirst erstaunliche Dinge erleben, weil dir werden Dinge klar, die wenn du nur oberflächlich liest oder es einmal liest, keine Ahnung davon hast. Ich studiere so die Schrift Schritt für Schritt. Ich studiere zur Zeit den Hebräerbrief und ich bin am Hebräerbrief schon lange, aber ich bleibe an einem Kapitel und an manchen Texten, bis das Ganze einsackt, bis ich wow und ich lese dann die Sache und dann denke ich, okay, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, das ist der Satz. Und den Satz nehme ich. Und aus dem Satz, den Gott zu dir persönlich gesprochen hat, in dem, was du gelesen hast, ergeben sich tausend oder fünfzig andere Sätze und du bekommst plötzlich eine Erkenntnis über das, was du vorher nicht wusstest, was davor war. So, ich brauche ein Zusammenwirken und es muss persönlich sein. Ich lese für mich, ich lese, damit ich etwas kann. Nicht, damit ich etwas weiß. Natürlich muss ich etwas wissen, bevor ich es kann, aber ich muss es lesen, damit ich es kann. Und dann kann man an einer Stelle bleiben, das Wort Gottes ist sehr nährhaft. Man kann an einer Stelle zehren, wochenlang, ohne dass man weit weg gehen muss an andere stellen, ohne dass man denkt, ich muss jetzt viel lesen. Nein, ich muss viel umsetzen können, nicht viel lesen können. Weil das, was sich einmal umgesetzt hat, schauen Sie, Sie können auch die Bibel auswendig lernen und sie nutzt ihn nicht. Weißt du das? Deshalb, ich habe mal die, es wäre mir nicht schlecht, wenn man auswendig lernt, ich habe schon vieles auswendig gelernt, aber nicht, man lernt nicht auswendig, wenn man es auswendig lernt, sondern man lernt, wenn man es tut. Wenn man es tut, dann weiß man es auswendig. Dann mögt man nicht einmal mehr die genauen Worte auswendig haben, aber wenn man etwas gelernt hat zu tun, dann weiß man es. Und dann kommt es in der Situation, wo du es brauchst, ist es wieder da. Und so muss unser Herz gefestigt werden mit dieser Beziehung zu Gott. Aber sie muss eine praktische sein. Ich muss wissen, wenn ich morgens aufstehe, wenn ich zu Gott gehe, ich bin ein Schüler auf dem Weg, Liebe zu lernen. Völlige Kontrolle über mich selbst zu haben, wenn andere nicht ticken, wie sie sollen. Wenn Unrechtes mir getan wird, muss ich die Fähigkeit genauso haben zu lieben, sanftmütig, freundlich, gütig zu sein, wie dann, wenn alle mich umschwärmen und mit mir zufrieden und glücklich sind. So, das ist, denke ich, das Geheimnis des christlichen Lebens. Wir müssen in unserer Beziehung mit dem Heiligen Geist so zusammenwirken, dass es praktisch ist. Und es ist auch gut zu sehen, dass es gewisse Dinge gibt, die man gelernt hat. Ich hätte nie gedacht, was Gott in diesen knappen elf Jahren in meinem Leben geändert hat. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, zu ändern. Es war ja noch vor ein paar Jahren da unser ältester Sohn, wir haben ihn mitgenommen im Auto, er kam in die Praxis zu Besuch und war noch ein bisschen einkaufen mit ihm und haben ihn dann zu Hause gelassen und dann ruft er mich am anderen Tag an. Ich nichts ahnen und er sagt, ärgerst du dich nicht mehr? Und ich sage, wieso? Er muss mich aus der früheren Zeit gekannt haben, wie ich gefahren bin mit dem Auto oder wie ich beim Einkaufen reagiert habe und wie ich, das ist mir nicht aufgefallen, aber einer, der dich fünf Jahre nicht sieht oder nah bei dir ist und erkennt dich, wie du früher warst und jetzt sitzt er plötzlich bei dir im Auto und sieht dich in den selben Situationen, wo er dich vorher gesehen hat, dann sagt er, was ist passiert mit ihm? Und er, damals ja noch recht, dass er sagt, ja, mit Gott wollte er nicht viel zu tun wissen, sagen es, ja, es gibt keinen Gott und so und dann sagt er, das können die Buddhisten auch, sage ich, gut, jeder muss geprüft werden in der Stunde, wo er es nicht meint und dann kommt es hervor, was du kannst und nicht kannst, was du gelernt hast und nicht, was wirklich geht und jeder Mensch hat seine Grenzen, die er ohne den Heiligen Geist nicht überschreiten kann, da fällt er. So, es ist auch wichtig, dass wir sehen, dass wir Fortschritte machen in unserem Leben. Nicht damit wir uns brüsten, sondern das ist ja zur Ehre Gottes und dass wir sehen, aber es ist wichtig, dass wir sehen, wir lernen Dinge, die wir aber auch immer nur dann umsetzen können, wenn wir diese Beziehung zum Heiligen Geist, der Geist und ich zusammen tun. Weil was ich aus mir heraus tue, das ist fehlerhaft. Was ich mit dem Geist Gottes zusammen tue, ist fest und hält mich. Sodass die Quintessenz des christlichen Lebens ist, diese Beziehung zum Heiligen Geist kontinuierlich aufrecht zu erhalten und im Alltag in den Kleinigkeiten des Lebens auszuüben. Und das ist der große Mangel, den ich so sehe heute in der Christenheit, dass wir das nicht einmal das Ziel haben, im Alltag wirklich andere Menschen zu werden. Dass wir sagen, in einem Jahr von jetzt an muss mein Partner erkennen, dass ich freundlicher geworden bin. Und wenn er es nicht erkennt, dann muss ich nicht an ihm was ändern, sondern an mir. Der andere muss erkennen, ich werde angenehmer. Es ist schön in meiner Gegenwart oder noch nicht ganz schön, aber schöner wie davor. Ja, ich ging mit meinem zweiten Sohn, Pflegesohn spazieren letztes Jahr und er war krank und ich empfahle ihm, dass er sich doch mal meine DVDs anschaut, damit er sich erkundigt und wieder gesund werden kann. Aber er hat sich nicht so viel darum gekümmert und wir gingen so spazieren und ich sagte ihm, schau, mein Junge, wäre gut, dass du jetzt Hausaufgaben machst, weil die Krankheit ist gefährlich, so es ist besser, du erledigst die Sache jetzt und wartest nicht für später. Aber sage ich, ich stehe dir zur Verfügung, wann immer du mich brauchst, ich werde aber nicht hinter dir stehen, dass du die Dinge erledigst. Und wir gingen so Arm in Arm, ist ein bisschen größer wie ich, bin ja klein, und er sagte, es scheint, dass du Dinge lernst. Ja, das heißt, wo er noch bei uns wohnte, und er sagte es mir auch zu Weihnachten letztes Jahr, er sagte, es ist viel angenehmer jetzt in deiner Gegenwart, als wo ich noch zu Hause wohne. Das heißt, es muss einen Unterschied geben im Leben eines Christen. Vielleicht sieht man das nicht von Tag zu Tag, aber vielleicht von Jahr zu Jahr. Oder nicht? Sollte man es sehen? Ich denke schon. Ich denke, es wäre schlimm, wenn man irgendwo hinkommt und die Menschen erkennen, sagen, nein, du hast dich nicht geändert. Das mag schön sein, wenn es äußerlich ist, aber es ist nicht ein Kompliment. wenn man derselbe ist. So, es muss eine Umwandlung stattfinden in unserem Leben. Die Früchte des Geistes, die Liebe mit all ihren Zutaten muss hervortreten, Schritt für Schritt. Und es geht nur, dass einige wird gekreuzigt, weil wenn du den Zorn nicht kreuzigst, wie sollst du die Liebe ausüben? Der Zorn ist zuerst. Deshalb muss ich das, was mich zürnt, ans Kreuz nageln, jeden Morgen. Und das, dass es mich nicht mehr im Weg steht, wenn es wieder vorkommt. So, dass ich Schritt für Schritt vorwärts komme, weil es gibt eine Abschlussprüfung. Und die fünf Törichten und die fünf Klugen zeigen ganz deutlich, dass es eine Abschlussprüfung gibt. Und die einen gehen ein zum Hochzeitsmahl und die anderen gehen nicht ein. Obwohl sie gläubig waren, obwohl sie ehrlich waren, obwohl sie die Lampe hatten, obwohl sie teils Öl hatten. Es hat nicht gereicht, weil sie die Zeit nicht genutzt haben, um für die Not vorzu arbeiten. Dann, wenn die Krise kommt, zeigt sich der Charakter. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir uns selbst mehr und mehr erkennen und es aber auch wollen, von ganzem Herzen diese Liebe zu lernen. Schaut, was ist schlimm, wenn man fröhlich ist zu jemandem und freudig. Ist was Schlimmes dran? Was ist schlimm, wenn man fröhlich bleibt, auch wenn alles andere herum unfröhlich ist? Warum? Das muss ja nicht eine Euphorie sein, aber eine Haltung, die ruhend ist in sich. Ich finde das etwas sehr strebenswert dass ich eine Freude behalten kann, die Freude im Heiligen Geist, die mich nicht herausholen kann, in den Zorn, ganz egal, was jemand tut oder nicht tut. Ich finde es gut, friedevoll zu sein. Was ist schlecht, friedevoll zu sein? Wenn alle im Streit sind. Das heißt nicht, wenn man friedevoll geht, man Kompromisse ein. Schaut, die Sanftmut unseres Heilandes begeistert mich. Jesus war der allersanftmütigste und friedevollste, aber man konnte ihn nie bewegen, etwas anders zu tun, als der Wille des Vaters. So, wenn man sanftmütig ist, dann tut man nicht, was anderes sagen. Man ist nicht der Spielball der Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Die Sanftmut ist erst die, die mich fähig macht, kompromisslos meinen Weg zu gehen, ohne dass ich auf den anderen Zwang ausübe, sondern indem ich frei bleibe, ohne Mist. Was eines der Dinge, die der Mensch von sich aus sicherlich nicht tun kann, ist geduldig sein. Geduld ist eine göttliche Sache. Deshalb kommt sie auch bei den Menschen der Endzeit vor als ein besonderes Merkmal. Jakobus sagt, wer geduldig ist, der schafft es in allen Dingen. Geduld muss etwas sein, was wir anstreben müssen mit Freuden. Wäre es gut? Möchtet ihr die geduldigsten Menschen werden, die gottharder werden? Es kostet was, oder? Tag in den Wald gehen, ich gehe in die Natur, um die Geduld zu lernen, um die Freundlichkeit zu lernen. Wisst ihr, wie unfreundlich wir sind tatsächlich? Als Jesus auf der Welt war, hat es ihm weh getan, wie die Menschen miteinander kommuniziert haben. Weil er kam aus einer Welt, wo die Liebe herrscht, wo die Zuvorkommenheit herrscht. Wenn wir uns betrachten würden, und deshalb sage ich, wir müssen am Morgen uns von Gott den Film zeigen lassen, vom letzten Tag, aber es wäre manchmal gut, wenn ein Film mitlaufen würde. Noch besser, wenn wir einen Nicht-Christen hätten, der uns ständig beobachtet. zu Weihnachten waren die Kinder da, eine ganze Woche lang, und manche sind gläubig, manche sind nicht, und dann sagte der Große, naja, und sie kamen zur Andacht, ihr betet ziemlich viel, aber es scheint ziemlich formell zu sein. Wenn ihr wirklich vorgebt, ihr sprecht mit dem allerhöchsten Wesen des Universums, dann habe ich davon nicht wirklich was gemerkt. Und das hat mir natürlich zu denken gegeben, nicht? Deshalb kam ich auf die Idee, es wäre ganz gut, wenn man jemanden hätte, wo man wüsste, der beobachtet dich und sieht genau, was du tust. Und das wäre ein Atheist, oder irgendjemand, der will in deinem Leben Fehler finden. Und du sagst, okay, du darfst auf meine Spur kommen. Und du darfst dir meine Fehler zeigen, ich bin ja nicht am Ende, aber ich will eines Tages, dass du auf meiner Spur nichts mehr findest. Weil du nichts mehr siehst. Es geht nicht mehr. Die Freundlichkeit hat gesiegt zu 100%, der Geduld ist 100%, der Friede ist zu 100% geworden, die Güte wandelt sich nicht mit der Zeit, der Glaube bleibt fest, im Herrn das Vertrauen, dass er da ist, die Sanftmut lässt dich sowieso nicht bewegen und du hast komplette Beherrschung über dich selbst. Ich finde das sehr strebenswert. Ich weiß, ohne den Heiligen Geist kann ich das nicht. Aber die Frage ist, will ich es? Weil es geht nicht aufs Können. Können kann es keiner. Aber in der Schule Christi können wir es durch die Vermittlung des Heiligen Geistes lernen. Und dann tun wir die Werke, die Gott durch den Heiligen Geist für uns vorbereitet hat. Aber es sind die Werke, die wir tun. Weil unser Geist muss handeln, unser Geist muss entscheiden, nicht Gott. Gott kann an meiner Stelle nie entscheiden, er kann für mich nie denken, er kann für mich nicht lieben. So wie er nicht essen und nicht trinken kann für mich. Deshalb will ich es lernen, mit aller Kraft, die ich habe, dass ich alle diese Früchte komplett habe, in der Not. Dann mag es sein, dass Jesu kommen verzögert wird und ich schlafe ein mit allen anderen. Aber in dem Moment der Krise, wenn die Finsternis am stärksten ist und der Ruf kommt, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. dann möchte ich fähig sein zu scheinen. Dann muss die Lektion gelernt sein. Dann ist die Abschlussfrüfung. Dann ist das, was Gott zeigen will vor dieser Welt. Er möchte ein Volk haben, das ihn widerspiegelt. Und wann sieht man Licht am besten? im Dunkeln. Wenn die Gotteskenntnis am schlimmsten da ist, will Gott sich nicht durch ein Buch offenbaren, nicht durch Literatur, sondern durch ein Volk. Und wenn sie uns sehen, dass sie sagen, okay, wir können nicht umhinden, es muss Gott geben, weil so wie ihr lebt, ist unmöglich menschlich zu lieben. Eure Geduld ist nicht menschlich. Eure Freundlichkeit, eure Güte, eure Sanftmut ist nicht menschlich. Eure Freude, eure Beherrschung ist nicht menschlich. Dann werden wir Gottes Charakter und Gottes Wesen tatsächlich darstellen. Und dann können sich die Ungläubigen entscheiden. das wird ihre letzte Entscheidung dann werden sie sich entscheiden. Nicht an einer Idee, sondern einem Menschen. Und werden sagen, okay, wenn Gott so ist, wenn Gott so ist, wie ihr seid, dann ist er hoch attraktiv. Dann wollen wir auch mit ihm. Und wir haben ja Verheißung in der Bibel, dass für einen Juden sich zehn Hinden an seine Zipfel hängen werden und sagen, wir wollen mit dir gehen. weil es ist gut mit euch. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, wenn er Gott erkennen würde, wie er ist, von Gott angezogen wäre. Aber Gott kann sich uns nicht erkennen geben außer durch einen Menschen. Deshalb sandte er Christus. Deshalb hat er die Gemeinde gerufen, dass er sich durch die Gemeinde den Menschen erkennbar macht. Dass sie ihn sehen, wie er ist und sagen, wenn ihr so seid wie Gott, dann kommen wir auch zu euch. Weil dort, wo die Liebe ist, so sind wir alle angezogen. Keiner läuft weg, wo Liebe ist. so arbeite ich auch an mir, damit meine Kinder und auch die, die um uns herum sind, die noch nicht gläubig sind, keinen Grund finden, zu sagen, dein Gott ist nicht attraktiv. Dein Gott ist nicht der, der die Oberhand hat und die Kontrolle. Mit deinem Gott zu gehen, ist langweilig. All das möchte ich den anderen zeigen, an meinem Leben, dass es genau umgekehrt ist. Ich möchte, dass sie alle eifersüchtig werden, dass sie alle sagen, wie es dir geht, weil du mit Gott gehst, ist besonders, ist attraktiv. Und wenn wir Gott so darstellen, werden sich auch viele zu ihm wenden, weil er ist anziehend. Wir sind für ihn gemacht, wir sind für die Liebe gemacht und es ist ja nur, weil wir ihn dass so viele Menschen von ihm weglaufen. Eines der tragischsten Dinge ist, dass der Christ, der an sich Gott darstellen sollte, ein Hindernis ist, für andere reinzukommen. Das finden wir in Matthäus 23, wo Jesus zu den Pharisäern spricht. Er sagt, ihr hindert andere reinzukommen und ihr kommt auch nicht rein ins Himmelreich. Wenn wir ein Grund sind, dass andere sich an uns ärgern, zu Recht meine ich, wenn sie sich ärgern an uns zu Unrecht, das haben sie an Christus auch getan, aber wenn andere sich an uns ärgern, zu Recht, weil sie finden in unserem Leben, dass wir unfreundlich, lieblos, selbstsüchtig, unbeherrscht sind, dann ist es nicht gut. so, ich möchte ich möchte, dass eines Tages mit Gottes Hilfe in Zusammenarbeit mit ihm der Charakter Jesu in meinem Leben ist. Dass alle Früchte zum Vorschein kommen, das heißt, alle Teile der Liebesfrucht da sind zu 100%. Und das wäre ja auch, hoffe ich, der Wunsch eines jeden von hier, der da ist. Und dann würde sich so manches verändern, weil es würde Licht um uns herum färten. Und das Ganze würde eine Welle nehmen, die für viele ein Segen wäre. So, das war diese Stunde ich bin überzeugt, wir leben in den letzten Augenblicken dieser Weltgeschichte und es ist Zeit, dass wir uns vorbereiten. Es ist Zeit, dass wir nicht mehr schlafen und dass wir nicht mehr langsam machen mit der Vorbereitung, sondern aufstehen, Schritt für Schritt, ohne zögern. Weil ein Tag verloren, in dem wir nichts gelernt haben und vorwärts gekommen sind, mag uns etwas kosten am Ende. So, auch wenn die Liebe etwas Schönes ist, sie ist auch etwas Ernstes, weil wenn ich sie nicht habe, zerstöre ich mich. So wie Sauerstoff. Ich muss es ausüben können. Ja, ins Himmelreich will Gott nur die Menschen nehmen und wird er nur die nehmen, die gelernt haben, zu lieben, die gelernt haben, die Lektion, die wir verloren haben, durch die Sünde, durch das Fleisch, die gelernt haben, das Fleisch zu kreuzigen und die Liebe auszuleben. Amen. Amen.